Und wieder mal anmoderieren. Survival Games ist echt schön. So, wo seid ihr? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. Ich finde, du solltest das jetzt mal machen. Okay, mach ich. Okay, los jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. Präsentiert von Tourist Histories. Mit Stargästen wie IsenLP. Ich. Du musst hallo sein. Ja, ich hallo, hallo. Und Corona. Und es geht los. Hallo. Ich bin überfordert. Ich bin ins Wasser gefallen, weil ich doof bin. Ich habe einen Kompass und eine Feder. Eine ohne Feder. Du bist hingelaufen nach da hinten. Okay, ich sehe dich. Ich glaube, aber hinter mir ist einer. Was denn? Was denn? Was denn? Da ist Isen. Oh Gott, da ist einer hinter mir mit dem Schwert. Lauf, Isen. Ich kann nicht. Ich bin hier ein Wassermann. Oh Gott. Oh Gott, er hittet mich. Ich habe hier einen Monsterlecks gerade auf dem Schauern. Lauf. 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 Ich werde gehittet. Ich werde gehittet. Komm, vielleicht. Ich bin in einem Spinnnetz. Gastarbeiter ist tot. Anni wird getötet. Okay, wir sind jetzt natürlich jetzt ein bisschen am Arsch. Ein bisschen? Da oben ist auch noch einer. Ist tot, ja. Der kommt hier jetzt her. Ich habe eine Faust, Mann. Die gebe ich ihm. Ja. Nee, mache ich nicht. Ich habe nicht. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Weiß ich nicht. Macht's gut, ihr Trottel. Oh, da drüben sind drei. Guck mal, aber die haben nichts. Die haben nichts. Dann hin da. Los. Nein, die haben was. Geht doch nicht hin. Der hat einen Pfeil in der Schulter. Nee, aber der andere hat Goldsachen an. Oh Mann, ey. Warum sind wir nicht mehr zu dritt? Das kotzt voll an gerade. Hallo, ich bin tot. Hallo, du bist tot. Oh, hier ist einer. Corona spielt keine Rolle hier. Hast du nicht? Hast du das gesehen? Nee. Da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, kill ihn like it's. Was zur Hölle? Ist er gegangen? Er ist gelieft, glaube ich. Hier, hier, hier. Corona, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was ist denn heute so los bei dir? Ich habe heute, glaube ich, noch gar keinen Mittag gegessen. Du hast noch keinen Mittag gegessen? Ey, ich werde gehettet. Nee, und das um halb vier. Danke. Wow. Wow, halb vier. Diese Information muss ich mit euch teilen. Da ist noch mehr. Na gut, aber Mittag ist ja halt jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, du hast gefrühstückt. Dehnbarer Begriff. Frühstück hatte ich. Zwei Brötchen. Zwei Brötchen? Oh, zwei. Aber der Tag fing schon enttäuschend an. Ich hatte seit langem mal wieder Lust auf Nutella. Und mein Vater hat das Nutella leer gegessen. Ich habe einen Stock und zwei Diamanten. Okay, let's find a workbench. That's what she said. Guck mal, Moment. Sie sagt. Ja, ich habe einen Stock und zwei Diamanten. Hey. Okay. Ja, gibt es hier oben was? Ich weiß nicht. Ja, ich will einfach nur in die Mitte wieder wegen Werkbank. Dann müssen wir doch über den See, über den Fluss. Über das Gewässer müssen wir stratzen. Ja. Oh, da sind zwei. Ja. Was haben die? Alles. Alles, was man haben muss, glaube ich. Eine Panik auf der Titanic. Wie waren das alle? Wieder alle zum Griff. Wow. Auf dem sinkenden Schiff. Wow. Ey, Copyright Strike. Leute, hört auf. Hier war doch eben noch einer. Wo ist denn der Typ hin? Ja, wo ist er hin? Der sneakt wahrscheinlich auch irgendwo hier hinten rum. Da ist die Mette. Da rein. Nur hoch hinaus. Gibt es hier Werkbänke? Nee, ne? Ich weiß nicht. Da ist noch eine Kiste. Vielleicht ist er hier oben irgendwo. Auf dem Balkon. Ah, der ist oben auf dem Dach. Oben oben, wo? Ohne Spoilern zu wollen. Wollen wir ihn. Wollen wir nicht stellen? Nein? Ich will aber in die Mitte. Na gut, dann gehen wir in die Mitte. Los geht's. Da müssen wir jetzt aber langsam wieder runter. Bist du schon vorgegangen? Ja. Ich bin vergutete. Ich weiß noch nicht, wie er da wieder runterkommt, glaube ich. Er überlegt, ob er da unten den Seht. Da sind zwei Hinternehmen, die Nitte, die. Oder springen runter, springen runter. Das ist der Gastarbeiter. Die kommen, ne? Ja. Von unten hinten. Gastarbeiter. Warte mal, ich hab einen TNT, aber das muss ich schnell aus dem Inventar holen. Okay, mach mal. Kannst du mich kurz mal wegschlagen mit der Faust? Scheiße, Scheiße. Der Gastarbeiter hat mich wieder gehittet. Bin gleich tot. Ich hab zwei Herzen. Zwei Herzen hab ich. Er wird auf dich springen und dich jetzt holen. Ne, ich hab ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Ich hab fast nicht irgendwo auch den Tod. Mann! Los, Tourist histories. Zeig deinen Skill. Ich schaff die nicht. Du hast ein Dschwert. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich hänge im Blatt fest. Hinter dir. Ich bin tot. Jetzt kommt von hinten noch einer. Der hat dich abgestaubt. So, ein Küsli. Ich hing in dem Blatt fest. Los geht's. Gut, los geht's. Wir own jetzt. Ich hab nichts. Ich hab ein Fleisch und ne... Haben wir gerade die gleiche Küste angeguckt, oder was? Ja. Scheiße. So, du bist hier hinten raus. Wo seid ihr? Hier, hier, hier. Rechts, rechts, rechts. Okay, supi. Wir haben nichts hier. Hast du ne Waffe, Eisen? Ne, ich hab gar nichts. Hier, hier, komm. Ich hab, ich hab, ich hab Schwerter. Da. Nicht so rumbrüllen, ja? Nicht so rumbrüllen. Hinter uns kommt einer. Haha, witzig. Was will denn der von uns? Komm, hau mal um. Na, Zelda? Ne, dem geh ich nicht hinterher. Ne, dem interessiert's, man. Ich hab einen Stick und zwei Äpfel. Ich kann quasi einen Apfel... Einen kardierten Apfel kann ich machen. Einen Bratapfel. Nice. Jetzt hab ich den restlichen Scheiß für meine Rüstung. Ich bin der goldene... Hey, meine Schuhe. Hier. Ey, du halt... Was soll ich denn damit? Ich bin der Goldbäume. Okay, hier, komm. Da tauschen wir. Okay. Ey, du bist der goldene Reiter. Der goldene Reiter. Huch. Ich kann echt nicht jumpen, ne? Mit diesem neuen Texture Pack. Ich bin total verwirrt. Total verwirrt. Zack. Zerkackt. Äh, ups. Du hast ihn zerkackt, Junge? Ich hab ein Eisenschwert für euch. Nice. Ich hätte gerne eins. Ich hab getan, als wenn ich AFK wäre. Und er hat getan, als hätte er keine Waffe. Und auf einmal haben wir beide ein Eisenschwert ausgepackt. Ich brauch mal Rüstung. Dann bist du ja nice. Okay, ich hab was für dich. Ich hoffe, du stehst auf Leder. Leder und Gold. So, alle sind noch am Leben. Das ist bisher eine gute Runde. Ich freu mich. Ja. Ich freu mich echt. Und, ähm, sind noch 15 Spieler da. Ich hab TNT. Ich hab Radar. Warte, ich entracke euch mal. Ja, ich hab auch Radar. Einen Moment bitte. Bleib mal stehen hier. Enttracked. Bleib mal stehen. Du hast gesagt, du stehen bleiben sollst. Okay. Da vorne in der Richtung ist jemand. Wollen wir Leute umbringen? Ja, oder? Also erstmal trennen wir uns. Das macht man ja so in einem guten Horrorfilm. Nein, ich bin doch hier. Hier trennt sich niemand. Niemand hat sich vor, wie eine Mauer zu bauen. Und ich weiß nicht, wem ich hinterherlaufen soll. Das ist echt irgendwie, hm. Weil ich bin ja der ultimative Mitläufer. Okay, wollen wir jetzt irgendwas klatschen? Warte mal. In die Hände zum Beispiel. Ja. In die Hände. Das habe ich ja vorhin schon gemacht. Zum Synchronisieren. Also, ich bin da schon fein raus. Ja, lass mal hier raus. Und dann hier in die Stadt. Ich habe einen Bogen. Okay, in die Stadt saß du. Okay, dann lass uns die beiden mal holen. Oh, hier ist die Mitte. Da sind zwei. Ja, lass uns. Die haben bloß Gold an, Mann. Easy. Komm, die holen wir uns. Der guckt nicht los. YOLO. Oh, guck mal, eine Eisenkappe. Jetzt go. Gehst du links, nicht rechts? Oh, okay. Da ist jemand richtig. Die haben verzaubert. Die haben verzaubert, ne? Egal, wenn weggekommen wird. Scheiße, ich bin tot. Den mache ich. Los, wir müssen den auf jeden Fall holen. Du bist tot? Ja. Hab den auch. Nice. Der andere ist weggelaufen. Den lass ich erst mal kurz laufen. Komm mal her. Ich muss kurz essen. Warte, 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 warte. Der kommt. Oh, ich darf hier nichts. Lauf nicht in mein Müllhäufchen rein. Nein, nein, will ich ja gar nicht. Will ich ja gar nicht. Der ist ein Müllhäufchen. Ich werde getroffen vom... Alter! Wie gut er zielen kann. Ich muss kurz sneaken und warten. Gehst du drauf? Ich bin halb down, ich bin halb down, ne? Wo bist du? Er kommt zu mir. Komm rum. Komm, ich komm, ich komm. Er mit seinem verzauberten Schwert kommt hier an. Okay. Ich halte ihn irgendwie auf... Ach, komm. Distance. Der hat zwei komische Augen. Ich bin drauf, ich bin drauf. Ah, fuck, er hat mich tot. Er hat ziemlich viel Damage auf dem Schwert. Ich hab'n Eisenschwert. Mein Finger zittert. Ich hab'n Eisenschwert. Ich bin hinter dir. Lauf! Wo seid ihr? Wo ist Isen? Ich weiß nicht, wie lauft mir so... Ich bin immer noch in der Mitte. Ich bin immer noch in der Mitte. Ich bin immer noch in der Mitte, Leute. Bring einfach runter, Isen. Sonst kriegst du gleich nämlich zu viel Fall Damage. Wie lange ist noch Zeit? Ja, ist zu Ende jetzt. Echt? Ich bin tot. Nein, das ist noch nicht. Oh, das war super knapp. Das war knapp. Das war... Arschknapp, Junge. Ich tue, als hätte ich nichts. Dabei habe ich ein Eisenschwert. Wo seid ihr? Ich hab' ihn. Hab' ihn. Wir sind hier unten. Da vorne, da vorne sind noch zwei. Wir müssen... Wir müssen Touristen auch hier rum. Ich bin hier über diesen großen Kürbismensch mit der Mistgabel. Da vorne, da vorne ist der Kürbismensch. Da vorne, da vorne, da vorne. Da vorne ist der Kürbismensch. Okay, los. Total hektisch. Aber der Mistgabel. Let's go. Na, ich seh' dich trotzdem. Bringen wir sie um. Wir sind hier eine Mistgabel. So, was gibt's denn hier so? Warte mal. Das gibt's doch so nicht. Hier war schon jemand. Na gut, dann müssen wir... Hat jemand einen Radar? Ja, ich hab' drei Stück. Wollt ihr einen? Oh ja. Bitte. Kompass. Ich nehm' den hinterher. Hast'n wieder aufgesogen? Ach, ich hab' beide. Achso. Hier. Nice. And tracks. Zack und zack. Okay, der nächste ist... And tracked. Hier. Wo ist er denn? Geradeaus. Hä? Ich glaube... Ich glaube, hinter uns ist noch einer. Hinter uns ist einer. Oh Gott, war das... Hier, hier, hier. Oh Gott, der hat Eisen. Hier kommen noch mehr. Ich werd' nur gehittet gerade. Die kämpfen... Die sind alle gegeneinander, glaube ich. Ich bin tot. Ein halbes Herz hat deren Eisen noch. Okay, warte. Oh, ich klebe noch. Ja, wir bleiben zusammen, wir bleiben zusammen. Da ist der eine noch... Oh, jetzt hier auch vier. Der kommt mit einem halben Herz davon. Da ist noch einer. Bei Eisen. Was? Der hat noch voll. Der ist voll. Der hat acht. Tourist ist durch hinterher. Warte, die battlen hier. Los, hau ihn tot. Ich hab ihn einmal... Oh, ich bin tot. Er hat noch ein Herz. Hat nicht geklappt. Ich hab ihn mit der Faust. Okay, nice. Wo seid ihr? Ich hab ein Eisenschwert. Oh Mann, Corona, Mann. Du bist gefallen. Es tut mir voll leid. Du hast zu wenig Schaden gemacht. Ich hab' ich nicht hoch. Ich hatte bloß eine Faust, Mann. Ich hatte bloß eine Faust. Mein Finger zittert. Das hat jetzt aber keine Relevanz. Wir müssen einfach nur gewinnen. Bring deinen Finger unter Kontrolle. Kennst du dieses Gefühl, Eisen, wenn man zu dritt zur Unreal Games aufnehmen will? Immer einer stirbt. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich geh mal kurz ins Haus hier hoch. Mhm. Und ich stelle fest, hier gibt es keine Kiste. Ich bin hier hinter dem... Hinter der Fassade, ne? Also nicht weit von hier entfernt. In dem Haus. Musst du hinter die Fassade. Am Strand. Oh, hier unten geht's rein. Guck mal, ich hab was gefunden. Ich hab hier einen Tee. Und ein Bogen. Hier ist irgendwas Cooles. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Frohe Weihnachten. Ich will hier scheiße nicht. Wir müssen hier gewinnen. Ich geh hier lang jetzt. Du kannst nicht einfach beschließen, dass du da hingehst. Wir müssen im Team agieren. Ego-Aktion bringen. Ja, ich möchte hier lang gehen. Ist das so besser? Ja. Jetzt machen wir noch so eine Abstimmung. So eine Demokratie quasi. Und ich sage, ja, wir können da hingehen. Und jetzt gehen wir da hin. Wo sind die Gegner? Elf Leute sind noch am Start. Komm Corona, scoute für uns. Wir brauchen's. Nein. Na gut, dann nicht. Spoiler. Hey, ich hab einen Bogen. Oh, mein Finger, ne? Ich raste aus. Ich kann die... Ey, ich geb dir gleich eine Schelle mit der Hand, ne? Erstmal einen Respekt-Klatscher. Nicht festnetzen. Das will ich jetzt nicht. Komm, wir gehen. Zehn Leute sind noch da. Mann, wir können uns so lange verstecken, bis alle tot sind. Oder wir gehen jetzt umbringen. Halten das Ganze hier ein bisschen kürzer. Was meinst du? Oh, ich hab was Ordentliches. Was hast du denn? Ach nee, hab ich schon. Hier, für dich. What is it? Eine Hose? Bitte eine Hose. Ja, eine Hose. Genau das fehlt mir nämlich noch. Bitte lass es eine Hose sein. Es ist eine Hose. Über eine Hose kann ich sehr in Freude geraten. Hm. Da ist die Mitte. Auf Anfang. Wie wollen wir da jetzt hin? Ich hab auch noch so einen Heiltrank hier und ganz viel TNT, ne? Ich mach bestimmt Scheiße damit. Okay, dann würde ich sagen, machst du jetzt keine Scheiße damit und stattdessen machst du Gutes damit. Da ist niemand mehr in der Mitte, ne? Nee. Wo sind sie denn? Corona? Äh, Hinweise? In der Mitte. Nicht. Doch, da sind zwei. Abballern. Ohne spoilern zu wollen. Guck mal nach rechts. Jetzt hinter euch. Jetzt hinter rechts. Tret dich um, tret dich um. Hilf mir. Ja, okay. Ich hab die doch. Du warst genau vor mir. Was hätte ich machen sollen? Nee, ich frag mich, wieso ich so schnell gestorben bin. Gut, du musst es reißen jetzt. Team. Gewinn das Ding. Oh nice. TNT. Der zweite sitzt echt gut, glaube ich. Naja. Jetzt läuft sie in ein Zweierteam rein. Haha. Die Full Iron sind, ne? Ja, gut. Äh, äh. Gut. Diese Folge ist nicht von Erfolg gekrönt, aber das ist ja auch völlig egal. Denn es geht nicht immer nur darum, zu gewinnen, sondern, äh. Es geht um Freundschaft und Zusammenhalt und Teamfähigkeit. Und das müssen wir eindeutig noch üben. Ja. Ja, natürlich. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Punkt Komma Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Ja, naja. Machen wir mal so ein Mondgesicht. Punkt Komma. Ist keine Ahnung mehr. Egal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Die beiden sind unten verlinkt. Und dann guckt da auch mal vorbei. Das wäre ganz nett. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.